Signal ist der Goldstandard der Messenger-Dienste. Das hat vor zwei Jahren bereits die deutsche Stiftung Warentest festgestellt und das sagt auch der Wiener Datenschutzexperte Thomas Lohninger. Im Gegensatz zum russisch geprägten Telegram ist der amerikanische Signal-Dienst besonders datensparsam. Der große Unterschied ist, dass man bei Signal genau weiß, wer dahinter steckt, wer das Ganze entwickelt und wie es sich finanziert. Und wir wissen auch, wie die Software wirklich funktioniert. Bei Verschlüsselung ist es genauso wie in der Wissenschaft. Man braucht eine gewisse Transparenz, damit man einen Peer-Review ermöglichen kann. Das ist bei Telegram nicht möglich. Das heißt, es ist unabhängigen Expertinnen und Experten nicht möglich, Telegram genauer unter die Lupe zu nehmen. Signal hingegen ist eine Non-Profit-Stiftung mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werbefrei dafür auf Spenden angewiesen. Über Signal kommunizieren der US-Senat und die EU-Kommission datensicher. Zur besseren Überwachung von mutmaßlichen Kriminellen sollen die österreichischen Sicherheitsbehörden nun aber die Möglichkeit bekommen, Datenschutzlücken in Messenger-Diensten zu finden und auszunutzen, um mitzulesen. 2019 ist ein ähnlicher Vorstoß der damals Türkis-Plauden-Regierung am Verfassungsgerichtshof gescheitert. Im nun neuen Entwurf von ÖVP-Innenminister Karner wird besonders darauf verwiesen, dass Rechtsschutzbeauftragte und Richter die Polizei überwachen sollen. Der Rechtsschutz ist bei dem Entwurf vom Innenministerium nicht anders, als er das 2019 war, als er aufgehoben wurde. Es war immer noch Richtervorbehalt und der Rechtsschutzbeauftragte. Genau das war dem Verfassungsgerichtshof damals nicht genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017